Ok, Nora, audit 1. Und, vielen Dank. Hallo David, schön, dass wir heute zusammentreffen. Ich wollte damit sehr gerne... ...und, nochmal, vor, drei, zwei. Hallo, danke. Nora. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich reihe mich schon echt zusammen. Lass mal weiterlaufen, ich gefange an, wenn du hierher gefangen hast. Ich bin bereit und fange. Das ist jetzt eher so, vorm Modus. Mal gucken, was die dort vorschlagen, oder? Das ist nicht wichtig, das ist einfach so. Jetzt, erst jetzt, irgendwie entspannst du. Doch, doch, nee, jetzt habe ich es. Steht da was vom Wartitschat weg? So, Nelly, halte ich fest. 90% Steigung nach oben. Oh nein. Und, du bist schon aufgeregt? Nein, noch nicht. Lass doch nicht umstehen. Tiefenentspannung. Wir sind alle mehr aufgeregt als Nora. Von wo sprichst du? Oh, da. Oh, ist das aufregend. So, vi geben. Tiefen. Da. Und. Die Autis. Dort. Inge. Untertitelung. BR 2018 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 Nicht zu uns gucken. Gehen wir nochmal auf Anfang. Gehen wir nochmal auf Anfang. Sut. Eher auf die Bäume. Aufs Schaf ist auch okay. anno ein bisschen. Genau, zurück, wieder ganz am Anfang. Ruhe bitte, wir drehen. So, jetzt der Apfel. Du musst mir ab und zu rennen, wer gut ist. Du lässt sich einfach weiterlaufen. Das denk ich ja nicht. Wir gehen ja schon mal was essen, dann läuft immer noch weiter. So ist es schon ganz gut. Oh, mit dem Zurückblieben war ja auch ganz cool. Ich sag dir, du musst den daumen. Ja, du musst den daumen. Ja, du musst den daumen. Okay. So, äh, was kommt jetzt? Ja, das wäre vielleicht, ja, so kurz zurück. Kann ich ja gar nicht schlecht. Kannst du das beim Laufen machen? Beim Laufen? Ja. Gerade Auslaufen und das noch. Wow, genau hier ist es, ich habe auf den, was ich noch mal was. Ja, das ist. Untertitelung des ZDF, 2020